Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier. Heute mit einem neuen Video. Wir werden uns den neuen Gegenstands-Shop vom 20.07.2019 anschauen. Freunde, verzeiht mir auf jeden Fall, dass ich ab und an nicht so krasse Videos raushauen kann. Bin auf jeden Fall derzeit ein bisschen im Stress, muss ich ehrlich gestehen, weil ich bald nach Amerika gehe. Warum, weshalb, wieso, werdet ihr bald erfahren. Wird auf jeden Fall was mit Fortnite zu tun haben. Ein separates Video dazu wird auf jeden Fall folgen. Bin gespannt, was heute in den Shop kommt. Gerne meinen Sobato Creator Code eintragen. Würde mich mega freuen und natürlich auch unterstützen. Wir schauen jetzt mal rein. Let's go. Okay, jetzt. Okay, naja. Kein neues Zeug im Shop, aber wir schauen uns den trotzdem mal an. Auf der ganz linken Seite haben wir natürlich die Skins von, ja, vor drei Tagen, glaube ich. Sind die Banner-Skins, finde ich persönlich übelst cool, muss ich ehrlich gestehen. Man kann auch damit übelst arbeiten, nice Sache. Wir haben heute neu Weltraum-Shuttle, dunkle Vorhut und Weltraum-Landegerät bekommen. Weltraum-Landegerät und die dunkle Vorhut finde ich mega geil. Am Anfang habe ich den Skin jetzt nicht so gemacht, aber mittlerweile finde ich ihn übertriebenes geil. Wir haben den Mecha-Anführer vom Event. Heute wird ja auch das Event stattfinden. Da wird auch noch ein Livestream folgen, also nur fürs Protokollen oder damit du Bescheid wirst. Wird auf jeden Fall auch richtig lit, denke ich mal. Dann haben wir den Castor am Start, 1500 V-Bucks mit diesem Rückenaccessoire. Schaut auf jeden Fall übelst böse aus und wild. Aber da finde ich die weibliche Version ein bisschen besser. Deswegen habe ich mir die weibliche Version geholt. Wir haben hier Billy bei uns für 500 V-Bucks. Kann man auf jeden Fall auch mitarbeiten. Nice Sache, meiner Meinung nach. Geiler Tanz, gefällt mir. Dann haben wir den Scorpion, 800 V-Bucks. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Da finde ich gar keine Version besser. Da gibt es ja noch eine männliche. Da ist die weibliche schon am besten. Dann haben wir nochmal die kostenlosen Banner hier im Shop. Die könnt ihr natürlich wieder hin und her verschenken. Ich habe schon bereits alle Mecha-Team, 500 V-Bucks. Richtig coole Lackierung mit diesem komischen Effekt, mit dem der Roboter betrieben wird. Und die einzelnen Farben von dem Roboter. Wir haben hier die Emotes, einmal vom Monster und dann von dem Roboter hier. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Vor allem, weil sie auch nur für 100 V-Bucks sind. Soviel auf jeden Fall hier zum Gegenstandshop. Schreibt direkt mal eure Meinung unten in die Kommentare, Freunde, wie ihr es findet. Natürlich könnt ihr auch die Videobeschreibung abchecken für super günstige PCN-Karten, die innerhalb von 2-3 Minuten geliefert werden. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Schaut doch gerne mal vorbei. Ich wäre dann aber jetzt raus. Würde sagen, Leute, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao.